Öffnen, zielen, boom. 5 Sekunden, mehr brauche ich nicht. 240 Konzerte, 240 BHs und ich habe sie alle ins Gesicht getroffen. Das richtige Feuerzeug, zum richtigen Song, auf dem richtigen Konzert, ist Kunst. Freunde, 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 wenn ihr mich sucht, ich bin ganz vorne. Ja, ich bewege meine Hände, das ist total wichtig. Und mal ganz ehrlich, ich bin die Beste im BH werfen. Und dann gibt es Profis und dann gibt es Amateure. Die machen ihr Feuerzeug, überheben Song an, lassen es viel zu lange an, verpassen den Augenblick. Das ist etwas, wo ich den Kopf schüttle. Move your hands like that, this. Die jungen Dinger von heute, die haben das nicht drauf. So was hast du im Blut, ich bewege meine Hände. Die ganzen Konzerte kosten mich kein Geld, deswegen kann ich viel in meine BHs investieren. Vielen Dank. Vielen Dank.